Varieté Varieté bedeutet für mich natürlich Vielfalt. Für Deutschland auch eine lange, lange Tradition. Es ist wandelbar, man kann schnell neue Trends aufspüren, die es auch umsetzen. Varieté sollte die Vielfalt, die es hat, auch in Anbetracht der Gefühle komplett ausschöpfen. Ich finde, das Varieté soll zum Staunen einladen, soll überraschen, soll traurig stimmen, also die ganze Bandbreite an Gefühlen, die es gibt, sollte es auch bedienen, meiner Meinung nach. Das Umfeld der Inszenierung kommt aus meinem Gedankengut. Und wenn man dann sieht, wie eine ganze Menge Leute aus der ganzen Welt an einer Sache arbeiten und das dann nachher zu einem Kuss wird, der zu Anfang nur Bilder in meinem Kopf waren, das ist das schönste Gefühl für mich. Das Besondere am Varieté ist das Live-Erlebnis, ist diese Nähe zum Künstler. Und dieses einmalige Erleben möchte ich den Leuten gerne nahe bringen. Musik 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 Musik